Moin und damit herzlich willkommen zum neuen Video in meiner Miniserie, die sich um die Geschichte der NFL dreht. Heute erreichen wir ein komplett neues Kapitel, denn es geht ab jetzt um die Teams, die durch den Anschluss der AFL Mitglied in der NFL geworden sind. Nachdem die 12 Teams, die ich vorher vorgestellt habe, mehr oder weniger alle nach und nach der NFL beigetreten sind, haben wir es jetzt mit einem richtigen Ansturm an neuen Franchise zu tun. Also starten wir doch direkt rein. Die Tennessee Titans eröffnen das Kapitel der vierten und letzten AFL. Wer etwas über die drei Vorgänger der AFL 4 erfahren will, dem empfehle ich mein Video über die Los Angeles Rams zu schauen, denn da bin ich etwas näher auf die AFL 1 bis 3 eingegangen. Die vierte AFL wurde zunächst von amerikanischen Football-Fans wieder als NFL-Konkurrenzzieger abgestempelt, die sich sowieso wieder auflösen wird, wie es unzählige Vorgänger schon vorgemacht haben. Doch diesmal war es irgendwie anders. Man schaffte es, eine stabile und erfolgreiche Liga zu gründen, die ganze 10 Jahre Bestand hatte. Von 1960 bis 1965 war man komplett abgeschottet von der NFL. Von 1966 bis 1969 ließ man die ersten vier Superbowls veranstalten, bei denen der NFL gegen den AFL Champion im Finale antreten musste. 1970 fusionierten dann NFL und AFL zur neuen NFL. Die ehemalige AFL wurde zur AFC. Die ehemalige NFL zur NFC. Zwei Conferences, bei denen die Sieger gegeneinander im Superbowl antreten und zu entscheiden, wer das beste Team Amerikas ist. Die Gründungsteams der AFL waren die Boston Patriots, Buffalo Bills, Houston Oilers, New York Jets, Dallas Texans, Denver Broncos, San Diego Chargers und Oakland Raiders. Später kamen auch die Cincinnati Bengals und die Miami Dolphins dazu. Alle Teams existieren heute noch, auch wenn man manche aufgrund der Namensänderungen vielleicht nicht direkt zuordnen kann. Die AFL hatte große Investoren hinter sich und zudem kompetente Führungspersonen. Außerdem hatte man einen eigenen Draft und stand den Spielergältern der NFL um nichts nach. Man hatte alles, um mit der NFL zu konkurrieren. Doch anstatt den Krieg fortzusetzen, tat man das einzig Richtige. Man beschloss 1970 als gemeinsame Liga anzutreten. Diese Liga hat bis heute Bestand. Passend dazu, dass ich in diesem Video die Geschichte der AFL aufbereitet habe, berichte ich nun auch über das anfängliche Gesicht der AFL, über die Houston Oilers. Ja, richtig gehört. Die heutigen Tennessee Titans hatten damals nicht nur einen komplett anderen Namen, sie spielten auch nicht in Tennessee, sondern in Houston. Bart Adams, ein einflussreicher Geschäftsmann der Ölbranche aus Houston in Texas, hatte schon mehrfach erfolglos versucht, ein Franchise in der NFL zu bekommen. Vom AFL-Boss Lamar Hunt erhielt er nun die Lizenz für die neue Liga ab der Saison 1960. Der Name Houston Oilers war natürlich naheliegend in Texas. Bart Adams sagte selbst, die Entscheidung hätte auch sentimentale Gründe gehabt. Der Start der Houston Oilers konnte gar nicht besser laufen. Schon in der primären Saison konnte der Titel geholt werden. Mit einem 24 zu 16 Sieg gegen die Los Angeles Chargers. Der Höhenflug ging auch 1961 weiter. Wieder standen die Oilers im AFL Championship Game und gewannen auch den zweiten Titel. Diesmal mit 10 zu 3 erneut gegen die Chargers, die mittlerweile nach San Diego umgezogen waren. Der MVP des Spiels wurde Oilers Quarterback und Kicker George Blander. Er war damals 34 Jahre alt und hatte noch 14 Jahre vor sich. Bis heute hält Blander mit 48 Jahren den Rekord für den ältesten NFL-Spieler. Im dritten AFL Championship Game war man dann wieder anwesend und dieses Spiel hatte es auch in sich. Es war ein Texas Derby zwischen den Houston Oilers und den Dallas Texans. Obwohl die Oilers klarer Favorit waren, ging es in die Overtime. Und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Am Ende triumphierten die Dallas Texans mit 20 zu 13 und verhinderten den dritten Titel der Oilers. Mit 77 Minuten und 54 Sekunden ist das Spiel bis heute das längste Endspiel in der Football-Geschichte. Nach diesem Höhenflug fielen die Oilers jedoch in ein Loch. 1968 zog man in den Houston Astrodome und war somit das erste Team, was in einem geschlossenen Stadion spielte. 1967 und 1969 kam man zwar noch einmal in die Playoffs, doch nennenswerte Erfolge konnte man nicht mehr einfahren. Nach dem Merger zu Beginn der 70er war man alles andere als erfolgreich. Nach dem Jahr 1969 erreichte man ganze 10 Jahre am Stück nicht mehr die Playoffs. Die Houston Oilers machten aber durch andere Aktionen auf sich aufmerksam. Man draftete den White Receiver Billy Johnson gegen Ende des Drafts 1974. Der Spieler erhielt schon auf dem College den Namen White Sox, da er immer mit weißen Schuhen spielte. Er spielte auch sehr gut und zelebrierte seine Touchdowns auch gerne mal mit dem Funky Chicken Dance. Er war der erste Spieler, der ausgiebig in der Endzone tanzte und ebnete somit eine Ära, in der es üblich ist, nach dem Erzielen von Punkten zu tanzen. 1978 konnte dann endlich der Bann gebrochen werden. Man erreichte endlich mal wieder die Playoffs. Doch nicht nur das, man konnte seit 17 Jahren auch mal wieder ein Playoffspiel gewinnen. Es gelangte Durchmarsch bis ins AFC Championship Game, wo man jedoch mit 1917 den Miami Dolphins unterlag. Da die Oilers in ihrer Geschichte gerne mehrfach Endspieler am Stück bestreiten, wurde auch 1979 erneut das AFC Finale erreicht. Aber wieder waren die Pittsburgh Steelers stärker. Wenn man die Geschichte in einem Grafen darstellen würde, dann würde diese häufig hoch- und runterschwanken, denn erneut konnte man, nachdem man zweimal im AFC Finale stand, danach nicht mehr überzeugen. Das neue Jahrzehnt begann mit vielen Experimenten. Da wurde mal ein Quarterback aus der CFL in Kanada geholt oder auch mal einer aus der USFL, einer kleinen und heute fast vergessenen Konkurrenzliga. Von 1982 bis 1984 wurden gerade mal fünf Spiele gewonnen. Erst 1987 schummelten sich die Oilers in die Postseason. Mehr als die Divisional Round war aber nicht drin. Im selben Jahr passierte schließlich auch in Houston das, was in Fasida in der Feldstadt früher oder später mal passiert. Es wurde über das Stadion diskutiert und ein Unzug des Teams wurde angedroht. Doch noch zog man nicht nach Tennessee, wo man heute beheimatet ist. Nachdem Owner Bart Adams der Stadt gedroht hat, umzuziehen, erkannte Houston den Wert der Franchise und der Astrodome wurde für 67 Millionen Dollar renoviert. Mit Beginn der 90er Jahre lief es auch sportlich wieder einigermaßen. Am 3. Januar 1993 sollten die Oilers Geschichte schreiben. In der Wildcard-Round gegen die Buffalo Bills. 35 zu 3 lag man im dritten Viertel in Führung. Was dann mit den Spielern passierte, weiß niemand so genau. Die Bills gewahren schließlich mit 41 zu 38 in der Overtime und haben damit ein 32-Punkte-Comeback hingelegt. Das größte der NFL-Geschichte. Deshalb wird das Spiel auch heute nur noch The Comeback genannt. Nachdem man 1993 mit einem Rekord von 12 zu 4 erneut in die Playoffs gekommen ist, konnte man abermals sich überzeugen. Und wie man es schon in Houston gewohnt war, war wieder vor dem Super Bowl Schluss. Owner Bart Adams genügte die Renovierung des Stadions nicht. Und so legte er der Stadt Pläne über ein neues Stadion vor, welches inmitten von Houston errichtet werden soll. Dieses wollte man sich dann mit den Houston Rockets teilen. Doch die Stadt war es leid, immer mehr Geld fürs Franchise zu investieren. Und so wurde ein Umzug immer wahrscheinlicher. Der Owner ließ dann 1995 verkünden, dass man noch vor der Saison 1998 nach Tennessee umziehen wird. Mit dieser Nachricht hat er sich aber keine Freunde in Houston gemacht. Schließlich haben die Fans das Team über 30 Jahre lang unterstützt und immer dafür gesorgt, dass man ein volles Haus im Stadion hatte. Die Spieler und Coaches mussten ebenfalls unter der Entscheidung leiden. Zu den Heimspielen vor dem Umzug kamen noch maximal 15.000 Zuschauer. Und die, die kamen, haben keine Unterstützung, sondern eher Buhrufe und Pfiffe mitgebracht. Die Lage spitzt sich sogar soweit zu, sodass man 1997, zwei Jahre bevor das neue Stadion in Tennessee fertig gebaut wurde, umzog. Nun hinterließ man die viertgrößte Stadt Amerikas ganz ohne professionelles Football-Team. Was sich aber bereits zwei Jahre später mit dem Zuzug der Houston Texans erledigte. Die ersten zwei Jahre in Tennessee waren eher armselig. Man spielt unter dem Namen Tennessee Oilers im kleinen Vanderbilt Stadium. Zum einen hatte der Name Oilers überhaupt keinen Bezug zur neuen Stadt. Außerdem kam im kleinen Stadion überhaupt kein NFL-Feeling auf. 1999 nannte man sich dann schließlich in Tennessee Titans um und zog in das hochmoderne Nissan Stadium. Nun sollte der richtige Neuanfang beginnen. Die Fans in Tennessee waren auch begeistert, also stand nichts mehr im Weg. Mit einem historisch guten Rekord von 13 zu 3 musste man trotzdem in die Wildcard-Round, wo man dem Buffalo-Bilt gegenüberstand. Dieses Spiel bekam den Namen Music City Miracle. Und wie wir bereits wissen, wenn ein Spiel einen Namen bekommt, muss etwas Spektakuläres passiert sein. Mit nur noch 16 Sekunden auf der Uhr und einem Rückstand von 15 zu 16 gelang Kevin Dyson ein 75-Jahres-Lauf in die Endzone zum Sieg. Bis heute ist allerdings umstritten, ob der Pass von Dyson ein Lateral-Wurf war oder doch illegal nach vorne ging. Die Schiedsrichter sahen damals nichts Verbotenes und die Titans rauschen tiefstisch durch bis in den Super Bowl. Auch hier wiederholte sich die Geschichte. Als Houston Oilers stand man das erste Jahr im Super Bowl und als Tennessee Titans schon wieder. Im Super Bowl 34 waren die St. Louis Rams der Gegner und wieder spitzte sich das Spiel bis auf den letzten Drive zu. Und wieder war Kevin Dyson im Mittelpunkt. Genau ein Jahr vor der Endzone wurde er zu Fall gebracht. Er streckte den Arm noch raus, um den Ball über die Linie zu halten. Es reichte aber nicht und die Rams gewannen mit 23 zu 16. Dieser Spielzug steht heute als The Tackle in den NFL-Geschichtsbüchern. Dies sollte jedoch die einzige Super Bowl-Teilnahme der Titans sein. 2002 kam man in eine neue Division in die AFC South. Interessanterweise spielten dort auch die Houston Texans die Nachfolger der Tennessee Titans. So spielt man mindestens einmal im Jahr an alter Wirkungsstätte. Der Beginn der 2000er Jahre verlief aber wieder weniger spektakulär. Das einzige Highlight war der Sieg gegen die Baltimore Ravens in der Wildcard-Round 2003. 2006 holte man dann mit dem Third-Overall-Pick mit Vince Young einen neuen Quarterback. Der neue Star im Team glänzte zu Beginn seiner Karriere und wurde sogar zum Offensive-Rookie of the Year gewählt. 2008 hatte man dann erneut einen 13 zu 3-Rekord und man träumte wieder vom Super Bowl. Doch der Höhenflug war in der Divisional-Round beendet. Bis 2016 gab es dann auch erstmal eine Playoff-Pause. Vince Young fiel nach diesem Jahr auch eher nur durch Off-Field-Issues auf. 2010 wurde er auch schließlich gecuttet. Mit ihm ging auch die größte Identifikationsfigur der Titans, der Head Coach Jeff Fischer. 17 Jahre coachte er die Titans. Er war somit länger bei der Franchise, als sie in Tennessee waren. Bis 2017 blieb man größtenteils erfolglos und man konnte die Playoffs nur von zu Hause auf der Couch verfolgen. Mit Marcus Mariota erhoffte man sich im Draft 2015 ein neues Face of the Franchise zu verpflichten. Doch der Quarterback blieb hinter den Erwartungen zurück, sodass man den Rookie-Vertrag auslaufen ließ und mit Ryan Tannehill einen solideren Quarterback von den Dolphins verpflichtete. 2017, 2019 und 2020 kam man nochmal in die Playoffs. Doch über die Divisional-Round ging es nie hinaus. Doch das Team rund um Derrick Henry ist weiter hungrig und abschreiben sollte man es für die kommende Saison auf jeden Fall nicht. Sooo, das war's noch schon wieder mit diesem Video über die Tennessee Titans. Als nächstes kommen dann die ganzen AFL-Teams, die ich zu Beginn des Videos aufgezählt habe. Wenn du also die Geschichte deines Lieblingsteams nicht verpassen willst, dann empfehle ich dir, diesen Kanal zu abonnieren. Sonst gibt's nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Tschöö. 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 Tschöö.